Nachdenkseiten, die kritische Website, RKI-Files, Hoffnungsschimmer und Wagenburg-Mentalität bei den Medien von Jens Berger. In einem langen Rechtsstreit konnten die Kollegen von Multipolar das Robert-Koch-Institut zwingen, die bislang geheim gehaltenen Protokolle des Corona-Krisenstabs herauszugeben. Die Nachdenkseiten berichteten dazu erstmals am letzten Dienstag. Mit Ausnahme von kleineren und alternativen Medien ignorierte der Blätterwald den Fall. Das änderte sich am Wochenende. Zunächst erschien ein durchaus objektiv kritischer Bericht auf ZDF.de, dem am Sonntag eine erstaunlich kritische Berichterstattung im Rahmen des Heute-Journals folgte. Wie von Zauberhand wurde der Bericht jedoch ebenfalls am Sonntag überarbeitet und nun stiegen auch die meisten großen Medien in die Berichterstattung ein. Teils kritisch, oft jedoch auch in skurriler Wagenburg-Mentalität. Ob daraus nun die so nötige Aufarbeitung der Corona-Zeit folgt, ist leider ungewiss. Viele Zuschauer des Heute-Journals vom Sonntag werden sich vor Staunen die Augen gerieben haben. In zwei längeren aufeinanderfolgenden Beiträgen wurde die Corona-Politik durchaus kritisch kommentiert. Und im darauffolgenden Interview mit Armin Laschet wurde das Thema dann noch einmal behandelt und es kamen sogar hier die Corona-Files zur Sprache. Nun war es raus, so könnte man meinen. Die Büchse der Pandora war geöffnet und der Ruf nach Aufklärung und Aufarbeitung der Corona-Zeit war auch abseits alternativer Medien in der Welt. Doch dass es so einfach nicht sein würde, war ebenfalls zu befürchten. Die Medienberichte der letzten Tage waren teils kritisch, wie ausgerechnet die Bild, die das Thema am Montag sogar auf Seite 1 brachte. Andere Medien, wie beispielsweise der Spiegel, bemühten sich hingegen mit haltlosen Unterstellungen gegen Multipolar zu schießen. Das Medium sei rechts. Der ehemalige Korrektivchef und heutige Chefreporter von NDR und WDR, Markus Grill, griff in der Tagesschau sogar die Nachdenkseiten an, für die der Multipolar-Herausgeber Paul Schreier, der die Corona-Files veröffentlicht hat, früher mal tätig war und ordnete das ganze Thema für das Publikum erst einmal staatstragend ein. Die Botschaft? Journalismus und Politik sind Sache der Profis und sollten nicht alternativen Medien überlassen werden. Die Corona-Files seien zwar nicht uninteressant, aber kein Anlass, die Corona-Politik und die Arbeit des RKI grundsätzlich in Frage stellen. Deckel drauf. Anderes Thema. Es scheint so, als tobe hinter den Kulissen unter den Journalisten ein Kampf um die Deutungshoheit. Beim ZDF scheint es Kollegen zu geben, die ernsthaft für eine Aufarbeitung streiten und sich auch öffentlich dafür einsetzen. So zum Beispiel Dirk Jacobs, CVD und Reporter beim ZDF Morgen- und Mittagsmagazin, der sogar die Größe besaß, nicht nur seine Kollegin Britta Spiekermann, die den Artikel zu den RKI-Files verfasst hat, sondern auch Paul Schreier für seine akribische und hartnäckige Arbeit öffentlich zu loben. Man mag nun sagen, sowas sei unter Kollegen selbstverständlich. Das ist es aber leider heute nicht, wie nicht zuletzt die Aussagen von Markus Grill zeigen, der sich fest in der Wagenburg des Mainstreams verschanzt hat und mit Giftpfeilen nur so um sich schießt. Und auch im ZDF scheint es durchaus einen internen Kampf um die Deutungshoheit zu geben. Anders ist die nachträgliche und nicht wirklich transparente Überarbeitung des Artikels von Britta Spiekermann nicht zu erklären. Auch der Spiegel änderte übrigens im Nachhinein seinen Artikel und verlieh multipolar, ohne die Änderung kenntlich zu machen, erst nach der Veröffentlichung das vollkommen abstruse Attribut rechts. Warum beide Artikel überarbeitet wurde, ist nicht bekannt. Man kann nur spekulieren. Meine Spekulation ist, dass einige großkopferte Medienverantwortliche in leitenden Stellen kein Interesse an einer Aufarbeitung der Corona-Zeit haben, da diese Aufarbeitung auch die Medien selbst behandeln müsste, die während der gesamten Corona-Zeit größtenteils ein katastrophales Bild abgegeben haben. Der Ruf nach einer selbstkritischen Aufarbeitung der Medien kam am Wochenende auch von einer eher überraschenden Seite, vom Monitor-Chef Georg Restle. Zitat auf X Wer die Corona-Protokolle des RKI ignoriert, macht seinen Job nicht richtig. Es gibt noch jede Menge selbstkritisch aufzuarbeiten, auch und gerade für Medien. Zitat Ende Erneut Zitat Georg Restle Freiheit oder Gesundheit Immer noch und immer wieder diese Debatte über Freiheit oder Gesundheit. Als hätten wir nichts gelernt in den letzten 18 Monate. Als ging es nicht um Verhältnismäßigkeit. Als sei die Pandemie weltweit vorbei. Als gäbe es kein Long-Covid und keine ungeimpften Kinder. Zitat Ende Den Wandel vom Saulus zum Paulus nimmt man ihm nicht ab. Spätestens hier stellt sich ohnehin die Frage, warum die mit Milliarden und Abermilliarden Euro Gebührengeldern ausgestatteten öffentlich-rechtlichen oder ihre auch nicht gerade an Budgetknappheit leidenden, ach so ehrenwerten privaten Großmedien von Spiegel bis zur Bild nicht selbst die RKI-Protokolle eingeklagt haben. Das musste dann schon der im Vergleich zu diesen Medien bettelarme Paul Schreier mit seinem spendenfinanzierten alternativen Medium Multipolar machen. Ihm sollte daher auch die eigentliche Ehre für die Veröffentlichung gebühren. Man kann nur hoffen, dass Multipolar den nächsten Prozess auch gewinnt und dass RKI die Akten ohne Schwärzungen veröffentlichen muss. Fest steht jedoch auch so, der Stein wurde ins Rollen gebracht und es waren nicht die Etablierten, sondern die alternativen Medien, die dies bewerkstelligt haben. Und die Politik? SPD und Grüne scheinen sich in die Wagenburg einzureihen und übertreffen, was gar nicht so einfach ist, sogar Markus Grill in Sachen Absurdität und Niederträchtigkeit. Sowohl Gesundheitsminister Lauterbach als auch Janosch Dahmen, seines Zeichens gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen, versuchen mittlerweile sogar die Veröffentlichung der RKI-Pfalz als eine Einmischung fremder Regierungen beziehungsweise ausländischer Nachrichtendienste zu framen. Geht's auch noch dümmer? Mit solchen Politikern scheint eine ernsthafte Aufarbeitung wohl eher ausgeschlossen. Ex-Zitat Karl Lauterbach. Mein Statement zu den sogenannten RKI-Files Aufklärung ist gut, aber wir dürfen nicht durch Einmischung fremder Regierungen Verschwörungstheorien in sozialen Medien entstehen lassen. Das RKI hat wissenschaftlich unabhängig viel geleistet. Zitat Ende. Und Zitat Janosch Dahmen. Der Versuch, in die RKI-Files einen Skandal hineininterpretieren zu wollen, ist Ausdruck von Unkenntnis zur Krisenstabsarbeit und von weiterer Desinformation, um uns zu spalten. Wir sollten uns vor solcher Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste schützen. Zitat Ende. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Zitat Ende. Untertitelung des ZDF, 2020